So, dann beginnen wir. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Bundes- und Landtagsabgeordnete, wie ich hier gesehen habe, sehr geehrte Herren Bürgermeister, deren wir viel da haben, und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute in Waldeck zu unserem Nationalparkfest, das ja ganz im Zeichen der Erweiterung steht. In diesem Zusammenhang auch an Sie, lieber Herr Goldbracht, mein herzliches Dankeschön, ich sehe Sie gar nicht da hinten, danke, nach der hinten versteckt, dass wir hier heute als frischgebackene Nationalparkstatt, dass Sie uns hier heute empfangen. Und mein Danke in diesem Zusammenhang auch an die Mitarbeiter Ihrer Gemeinde und an die nationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalparkgemeinde, die dieses wunderschöne Fest hier heute so schön vorbereitet und organisiert haben. Heute dürfen wir also endlich gemeinsam feiern und wir feiern, dass wertvolle Hänge im Norden und Nordosten des Edersees zu unserem Nationalpark hinzugekommen sind und wir feiern eben, dass wir mit Waldeck eine weitere Nationalparkstadt in unserer Partnerschaft mit aufnehmen dürfen. Das haben viele von den heutigen Anwesenden erreicht, das haben wir Ihnen zu verdanken. Ich sehe hier Vertreter vom Domanium, ich sehe Vertreter aus der Kommunal- und Regionalpolitik, ich sehe Kollegen von Hessen-Forst aus dem Ministerium und aus dem Nationalparkbeirat und natürlich ganz besonders Menschen, die in der AG-Erweiterung sich damals eingesetzt haben, um diese Erweiterung Wirklichkeit werden zu lassen. All Ihnen ist es zu verdanken, dass wir heute gemeinsam feiern dürfen. Mein herzliches Dankeschön hierfür, denn ich bin ein überglücklicher, aber ein ausschließlicher Nutznießer dieser Erfolgsgeschichte. Ich bin ja selbst als recht neuer Leiter, habe da wenig dazu beigetragen. Deshalb freue ich mich auch besonders, dass wir den ehemaligen Leitermann Fried Bauer aus dem Ruhestand reaktivieren konnten. Der wird nämlich heute als Moderator durch diesen Festakt führen. Aber, Manfred, bevor ich dir das Mikrofon gebe, würde ich gerne die Ministerin bitten, nach oben zu kommen und ein paar Grußworte an uns zu richten, eine Rede zu halten. Und schön, dass Sie da sind und uns allen wünsche ich einen schönen Festakt heute. Applaus Schön, Sie so nebeneinander zu sehen. Sehr geehrter Herr Bauer und Herr Schweiger, sehr geehrte Damen und Herren des Bundestages, des Hessischen Landtages, Herr Landrat, sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen rund um den Edersee und rund um den Nationalpark, sehr geehrte Mitglieder des Nationalparkbeirates, liebe Festgäste. Wir haben hier heute richtig was zu feiern und wir haben richtig tolles Wetter dazu. Also, normalerweise sagt man ja, das ist Kaiserin in Meckler, so würde ich das jetzt nennen. Aber heute haben wir Nationalparkwetter. Und ich finde, das haben wir uns auch alle redlich verdient. Es ist soweit und ich freue mich sehr, dass wir die Erweiterung des Nationalparks endlich feiern können. Rund 2000 Hektar mehr voller einzigartiger Naturschätze nördlich und östlich des Edersees gehören jetzt dazu. Und deswegen dieser offizielle Festakt, den wir um knapp anderthalb Jahre verschieben mussten. Also, die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir das fristgemäß machen konnten. Aber ich glaube, das tut unserer Freude keinen Abbruch. Es ist trotzdem toll, dass wir das geschafft haben und dass wir es feiern können. Und ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, weil Sie alle sehr engagiert sich an dieser Erweiterung beteiligt haben. Deswegen ist es auch Ihr Verdienst, dass wir heute hier zusammen können und feiern können. Was wir geschafft haben gemeinsam, ist ein großer Erfolg für den Naturschutz, für den hessischen Naturschutz, aber auch insgesamt für den Naturschutz. Bereits seit seiner Gründung im Jahr 2003 schützt der Nationalpark Kellerwald-Edersee einen der letzten großen zusammenhängenden Buchenwälder Mitte Europas. Mit der Erweiterung im Herbst 2020 gehören mit den Edersee-Steilhängen nun etwa auch der älteste Traubeneichenwald Deutschlands an der K&H, sowie die Blockwälder an der Münselburg dazu. Auf fast 7.700 Hektar darf jetzt Natur Natur sein. Denn der Schutz der unbewohrten Natur ist eines der wichtigsten Aufgaben des Nationalparks. Im alten Teil des Parks wird dieser sogenannte Prozessschutz, wie es so formal heißt, bereits auf mehr als 90 Prozent der Fläche umgesetzt. Und viele von ihnen waren nicht nur einmal oder zweimal, sondern mehrfach, teilweise hundertfach im Nationalpark, im alten Teil des Nationalparks, ist dort gewandert und kennt ganz viele Ecken dieses Nationalparks. Und auch ich war natürlich schon mehrfach hier. Und ich muss sagen, mir geht immer das Herz auf, wenn ich hierher komme. Es gibt kaum, also ich bin ja jetzt Umweltministerin, Naturschutzministerin für ganz Hessen, ja, das finde ich ganz Hessen natürlich grandios, ja, logischerweise. Aber trotzdem muss ich sagen, dass der Nationalpark Kellerwald-Edersee ein besonderes Kleingut ist. Er ist ein ganz besonderer Teil Hessens, nicht nur naturschutzfachlich gesehen, sondern auch, weil man so gut entspannen kann, weil man so viele Dinge sehen kann, so viel Natur sehen kann, so viele Flechten, Pflanzen, Tiere, die man eben sonst nicht aus der Nähe sehen kann. Und viele von ihnen haben diese Entwicklung des Altteils des Nationalparks natürlich über die Jahre hinweg auch gut mitbeobachtet. Es wird im Nationalpark Raum geschaffen für viele Tierarten, die große und unberührte Naturwälder benötigen, wie die Wildkatze oder der Schwarzstorch, selbst Urwaldreliktarten wie der feilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer ist dort zu sehen. Und wenn Sie mal bei Regenwetter hier eigentlich auch was sehen wollen vom Nationalpark, aber nicht unbedingt raus in die Wildnis, dann schauen Sie sich bitte den neuen 4D-Film an. Der ist wirklich klasse. Und Sie können dort den feilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer betrachten, den Sie sonst in der Natur nicht finden würden. Den gibt es zwar, aber der ist so scheu und so klein, den sehen Sie in der Regel nicht. Aber er konnte gefilmt werden und in dem Kino ist es wunderbar zu sehen, wenn auf der Spur der Wildkatze, wenn man durch den Nationalpark geführt wird und dann diesen besonderen Käfer sehen kann. Meine Damen und Herren, in ganz Deutschland gibt es nur 16 dieser besonderen Schutzgebiete, wie wir ihn mit unserem Nationalpark haben. Teile unseres Parks gehören sogar zum UNESCO-Welterbe Buchenwälde. Das zeigt uns die besondere Bedeutung unseres Schutzgebiets für den nationalen und internationalen Naturschutz und die besondere Bedeutung, die wir in Hessen für die Buchenwälde haben. Ausgangspunkt der Erweiterung für die jetzigen 2.000 Hektar waren, wenn ich das in Erinnerung rufen darf, das Naturschutzgroßprojekt. Vor vier, fünf Jahren hätten wir uns noch nicht gewagt zu denken, dass daraus eine Nationalparkerweiterung wird, weil wir alle haben noch ein bisschen in Erinnerung, wie das zu Beginn war, als überhaupt ein Nationalpark in Hessen ausgewiesen wäre. Aber dieses Naturschutzgroßprojekt Kellerwaldregion hat aufgezeigt, wie schützenswert die Steilhänge am Edersee sind und hat uns deutlich gemacht, dass es eine angemessene, dauerhafte Folgesicherung geben muss. Und die Diskussion darüber war ausgesprochen fruchtbar. Und da möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass es so geklappt hat. Anfang 2019 hat die Landesregierung dann beschlossen, wir machen die Nationalparkerweiterung, wir gehen es an, im Einklang mit der Region. Die Region muss wollen, muss mitmachen. Und im April 2019 unterzeichneten Land, Landkreis und Gemeinden ein Memorandum of Understanding. Und die gute gemeinsame Zusammenarbeit setzte sich im gesamten Prozess fort. Gemeinsam ist es gelungen, die vielfältigen, ja unterschiedlichen Interessen, die es logischerweise gibt, rund um so ein Schutzgebiet oder ein Gebiet, das ein Schutzgebiet werden soll, die haben wir zusammengebracht. In dieser Arbeitsgruppe Nationalparkerweiterung waren ganz viele Menschen unterschiedlichster Interessensgruppen und wir haben im Rahmen von vor Ort Terminen und Infoveranstaltungen den Prozess ganz partizipativ gestaltet. Ich möchte mich bei denen bedanken, die das gemacht haben. Das ist ja auch nicht immer so einfach, den Prozess zu steuern. Auch Frau Sabri war da federführend mit dabei aus dem Ministerium, aber auch das Nationalparkamt hat logischerweise viel Arbeit zunächst mal auch mit der Prozessgestaltung gehabt. Und natürlich die gesamte Abteilung unter Federführung von Herrn Wilke. Herzlichen Dank dafür, aber Ihnen allen Gebührt Dank, weil Sie mitgemacht haben, weil Sie sich eingebracht haben und weil Sie auch bereit waren, Kompromisse zu schließen. Die Erweiterungskulisse und die Neufassung der Nationalparkverordnung konnte deshalb zügig und mit breiter Akzeptanz entwickelt werden und schon im Herbst 2020 haben wir innerhalb des Kabinetts die neue Verordnung geschlossen. Das ist echt rekordverdächtig für ein solches Gebiet mit einer solchen Schutzfunktion. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Naturschutzgebiet in der Region inzwischen so verwurzelt ist, dass es auch niemand mehr in Frage stellt. Aber Sie wissen auch alle, was Sie an Ihrem Nationalpark haben. Jenseits der Frage Naturschutz ist es auch eine Frage von Tourismus und damit auch von Wertschöpfung in der Region. Das alles haben Sie kennengelernt und möchten es deshalb auch nicht vermissen. Mit der Erweiterung gewinnen der Nationalpark und damit die ganze Region weitere attraktive Naturerfahrung und Erlebnisräume. Auf einer Gesamtfläche von 7.688 Hektar, ganz genau, bietet er ein attraktives Landschaftsensemble aus Waldwasserhängen Schluchten, die zum Verweilen einladen. Und auf den unterschiedlichsten Routen, wie dem Urwaldsteig, lässt sich die Natur erleben. Damit leistet der Nationalpark auch einen wichtigen Beitrag für die Regionalentwicklung. Und hiervon können auch noch stärker die Kommune nördlich des Edersees profitieren. Natürlich auch die Stadt Waldeck, die sich nun als fünfte Stadt, offiziell Nationalparkstadt, in diesem Fall Anreise Nationalparkgemeinde, nennen darf. Neben dem Schutzgebiet selbst erfreuen sich auch die Besucher und Informationseinrichtungen großer Beliebtheit. Und zur Förderung der Regionalentwicklung und eines sanften Tourismus arbeitet die Nationalparkverwaltung eng mit der Region zusammen. So konnten zum Beispiel das gemeinsame Projekt Fahrziel Natur, bei dem die Anreise mit Bahn und sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln im Zentrum steht, umgesetzt werden. Und ein besonderer Fokus lag und liegt auch im barrierefreien Zugang des Nationalparks. Meine Damen und Herren, ich möchte mich noch mal recht herzlich bei Ihnen allen bedanken. Bei den Vertreterinnen und Vertretern aus Kommunalpolitik, Landwirtschaft, Tourismus, Verbänden und benachbarten Flächeneigentümern, bei Hessenforst, dem Forst am Föhl, natürlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, vor allen Dingen des Nationalparkamtes auch. Und hoffe sehr, dass der neue Nationalpark sich wunderbar weiterentwickelt, was den Naturschutz angeht, aber natürlich auch im Sinne der Regionalentwicklung. Und wünsche uns einen ganz tollen Tag gemeinsam und natürlich den Bürgermeistern auch weiterhin viel Freude mit Ihrem Nationalpark. Nehmen Sie das mit in Ihre Kommunen und ich glaube, mit Ihrer Motivation werden die Bürgerinnen und Bürger auch den erweiterten Nationalpark in den nächsten Jahren nochmal besonders schätzen lernen. Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind und ich hoffe auf weitere gemeinsame Kooperationen, eben Naturschutz im Nationalparkbeirat. Schönen Tag! Herr Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es richtig toll, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich muss auch sagen, es ist ein richtig tolles Gefühl, immer eingeladen zu sein und nicht immer sich Gedanken zu machen, habe ich jetzt wirklich alle eingeladen und ist alles vorbereitet, läuft alles so. Ich kann einfach hier kommen und mich da hinstellen. Ich finde es super. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Ministerin hat es ja gesagt, ich freue mich auch sehr, dass der Festtag jetzt mit einer genürigen Verspätung aber doch noch stattfinden kann. Und ich meine, es hat ja auch alles wie immer sein Gutes. Ja, so tolle Bedingungen wie heute, glaube ich, hätten wir damals nicht gehabt. Es war ja Oktober und war schon ein bisschen neblig und kühl und so. Und so schön wie heute wäre es eigentlich ja nicht gewesen. Insofern ist es eigentlich irgendwie gut, so wie es ist. Ja. Ich darf jetzt heute kurz die Moderation machen. Ich verspreche auch, dass ich das nicht nutzen werde für eine gute Rede. Ich darf jetzt mal zwei Menschen ankündigen, die Grußworte versprochen haben. Und zwar einmal der Landrat Van der Horst und dann, ich mache es jetzt gleich zusammen, wenn Sie mir das zugestehen, Jürgen Vollbracht, Bürgermeister der Stadt Waldeck. Herr Van der Horst, Sie haben ja bei Ihrem Amtsantritt bereits ein fertiges Projekt sozusagen übernommen. Wir haben ja vorher kurz gesprochen, aber wirklich sehr kurz, sodass ich Sie nicht fragen konnte. Aber ich gehe fest davon aus, dass Sie mit diesem Projekt eigentlich sehr glücklich sind und froh sind, dass es eigentlich da ist. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit, das gestatten Sie mir noch, dass ich einem danke noch, der hier nicht ist, der nämlich da durchaus wesentlich ist, auch dazu beigetragen hat, nämlich Ihr Vorgänger im Amt, Dr. Kubert, der, also mit ihm, sage ich mal, dieses Projekt auch richtig gut glatt gelaufen ist. Und bei dieser Gelegenheit auch nochmal ein kurzer Dank, der nämlich auch nicht hier heute an den früheren Bürgermeister der Gemeinde Vöhl, den Herrn Matthias Stappert, der von Anfang an eigentlich auch dieses Projekt sehr wohlwollend begleitet hat und in seinen Gremien auch da sehr dafür geworben hat. Ja, also ich darf Herrn Landrat bitten und gleich im Anschluss dann Herrn Vollkraft und Sie um die Grußworte bitten. Danke. Ja, sehr geehrter Herr Bauer, Sie sehen durchaus einen zufriedenen und sehr glücklichen Landrat, der heute zu Ihnen sprechen darf, zu einem ganz tollen Fest. Frau Staatsministerin Hinz, meine sehr verehrten Damen und Herren Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Herr Regierungspräsident, sehr verehrte Herr Bürgermeister, sehr verehrte Mitglieder des Beirates, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ein toller Tag, ja, tolles Wetter, vielleicht Kaiserwendenwetter, aber wir sind immer stolz in Wadeck zu betonen in Wadeck-Frankenberg, dass, wenn die Sonne scheint, es immer auch zuvor das Aufgabensteuerung der kommunalen Selbstverwaltung ist, dass wir sich zu beanspruchen. Bei schlechtem Wetter sind wir etwas zögerlicher, schauen dann gerne nach Wiesbaden, aber das bitte an anderer Stelle. Ja, es gibt tatsächlich heute Danke zu sagen. Die Menschen in der Region sind längst stolz auf ihren Nationalpark. Warum sage ich das? Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, als seinerzeit die Idee des Nationalparks gereift war, haben wir doch sehr intensive Debatten und Diskussionen gesehen. Es gab Sorgen und Nöte, denen es galt, Rechnung zu tragen. Und die Fragestellung, wie wir jetzt mit der Erweiterung umgehen, ist angesichts der Entwicklung, der tollen und wirklich hervorragenden Entwicklung des Nationalparkes auch gut zu verstehen. Warum ist es gelungen, so schnell und so zügig die Verordnung umzusetzen, trotzdem die Kommunikation entsprechend darzustellen, diesen intensiven Diskussionsprozess zu führen. Das hat eben damit was zu tun, dass wir auf eine Volksgeschichte aufbauen konnten und das Vertrauen da war, jetzt die klug und richtige Entscheidung zu treffen. Wenn man von außen schaut, dann ist eigentlich der Erwartungsprozess logisch. Das ist die Gebietskulisse, die sehr wertvoll ist und das letztlich zu einem klugen Arrondieren führt. Aber die Ministerin hat es zu Recht auch beschrieben, so ganz selbstverständlich war die Idee von vornherein nicht. Das beschreibt aber auch noch einmal mehr, glaube ich, auch die besondere Erfolgsgeschichte. Also deshalb schließe ich mich ausdrücklich den Dank der Ministerin an, an alle Akteure, die sich dort eingebracht haben. Das ist zuvorderst ihr Haus. Das musste ja die Themen auch immer wieder anstoßen und auch bewegen. Die Mitglieder des Beirates, aber auch die Mitglieder der Parlamente, die bereit waren, die dafür nötigen Entscheidungen zu treffen. Und abschließend, und das soll an der Stelle nicht vergessen werden, auch das Team des Nationalparkamtes. Warum sage ich das? Inzwischen sind die Ranger längst Botschafter der Region geworden. Imagebildprägend und das finde ich toll, das finde ich klasse, mit welchem Engagement der Nationalpark den Menschen näher gebracht wird. Und insoweit, ja, es geht auch um Tourismus, es geht auch um Wertschöpfung und dann ist das ein wunderbarer, toller Ansatz. Ich möchte aber trotzdem ein Thema noch bei aller Freude heute aufwerfen. Ja, wir haben festgestellt, der Schutzauftrag, der mit dem Status Nationalpark verbunden ist, wird direkt sehr gut umgesetzt und ist sehr wichtig, um unseren Naturschutz auch hier zu erhalten. Wenn wir ehrlich sind, endet dieser Auftrag aber nicht an der Grenze der Gebietskulisse. Wir müssen das vielmehr ganzheitlich denken. Das große Thema Klimaschutz und Ressourcenschutz ist eben nicht nur mit der Gebietskulisse und der Definition eines Schutzgebietes zu beantworten, sondern wir müssen auch alle Anstrengungen unternehmen, damit wir auch die ganz großen Themen dieser Tage und unserer Zeit auch bewältigen können. Dazu gehören eben solche Fragestellungen wie die Energiewende und eben auch der Ansatz, Klimaschutz ganzheitlich zu denken. Ganzheitlich zu denken setzt voraus, dass man das planerisch, konzeptionell und auch klug durchdekliniert. Das wollen wir tun. Der Landkreis hat sich mit den Städten und Gemeinden im Landkreis auf den Weg gemacht, jetzt ein kreisbreites Klimaschutzkonzept zu entwickeln und sich mit ganz neuen Fragestellungen zu beschäftigen, wie können wir denn Dekoronisierung auch bilanziell erfassen. Bisher hatten wir, das wissen Sie hier, diesen sehr einfachen Ansatz. Wir erzeugen erneuerbare Energien, irgendwas in die Balance zu dem Energieverbrauch, die wir so in der Region haben und stellen fest, wir sind gut oder mittelprächtig. Allein das reicht eben nicht. Wir alle müssen dort alle Anstrengungen unternehmen und müssen das Thema CO2-Neutralität sehr ernsthaft über alle Lebenssachverhalte und Wirtschaftsbereiche denken und auch entwickeln. Insoweit, es geht weiter. Das ist, glaube ich, auch die Botschaft des heutigen Tages. Ich habe schon eine Menge gelernt im Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern des Nationalparkes. Es gibt viele spannende Einzelprojekte, die es gilt weiter zu verfolgen, den Artenschutz nach vorne zu bringen, insbesondere. Auch da müssen wir mit klugem Sachverstand die Projekte umsetzen. Das wissen wir hier in guten Händen. Deshalb für mich nochmal zusammenfassend ein ganz toller Tag mit Ihnen heute hier gemeinsam im Waldeck so zu verleben. In diesem Sinne wünsche ich den Nationalpark auch für die Zukunft eine gedeihliche Entwicklung. Das Eis ist auf jeden Fall schon gebrochen. Die Menschen haben den Nationalpark angenommen, freuen sich, nutzen auch den Naturraum für sich selbst. Also nicht nur für die Gäste, sondern das ist ja auch ein Pfund, wenn man hier lebt und ein so tolles Umfeld auch an dieser Seite auch weiß. In diesem Sinne wünsche ich mich jetzt, wünsche ich uns allen ein tolles Fest bei nicht nur netter Versorgung, sondern die Ministerin hat versprochen, sie wird auch gleich die Wandergruppe anführen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sie zu begleiten und vielleicht auch in das eine andere Gespräch zu verwickeln. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass Sie mir zugehört haben. Und ich glaube, Jürgen Vollbart ist es total. Vielen Dank. Applaus Ja, sehr geehrte Ministerin Hinz, lieber Regierungspräsident, lieber Marc, sehr geehrter Herr Landrat, lieber Jürgen, sehr geehrte Ehrengäste. Ich würde sagen, ich bin stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Es war ein sicherlich weiter Weg. Das eine oder andere lief von Anfang an wirklich sehr rund. Und da muss man auch sicherlich nochmal ganz herzlich Danke sagen an die Mitglieder der AG. Ich sehe die Frau Saab wieder hinten. Die hat sich da extrem eingebracht und wirklich da sehr gut vorbereitet. Auch ihre Kollegen und die Frau Freien. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Denn das waren die Akteure, die da im Hintergrund ganz viel gearbeitet haben. Aber sicherlich auch der Herr Wilke hier. Herzlichen Dank dafür. Ich bin wirklich froh, dass diese knapp 2000 Hektar, ich sage immer, das ist das schönste Fleckchen, was wir in Deutschland haben. Weil, ich weiß nicht, ob Sie vorhin mal hier oben auf der Terrasse gewesen sind, auf der Aussichtsplattform. Wenn man in den Nationalpark schaut, man hat einen super guten Grundumblick in den Nationalpark, über den Nationalpark. Und da stellt man fest, dass wir hier in einer wunderbaren Region leben, die wirklich einmalig ist. Und ich denke, diese Region hat es verdient, auch aufgewertet zu werden, bekannter zu werden. Denn die Leute, die Gäste, die hier herkommen, die einmal hier waren, die sagen, hier kann man immer wieder was Neues erleben. Ich denke, da vor ein paar Tagen haben wir mit den Bürgermeistern ein Treffen gehabt in Basel. Und da sind wir zur schönen Aussicht ein Stück gefahren, ein Stück gewandert. Und dann haben wir festgestellt, dass viele Bürgermeister die schöne Aussicht gar nicht kannten. Also stellt man fest, dass selbst die Leute aus der Region viele schöne Punkte hier gar nicht kennen. Und ich denke, diese Region, die ist es wirklich wert, wunderschöne Aussichtspunkte. Und ich glaube, dass diese Fläche, die dazugekommen ist in den Nationalpark, war, dass die Erweiterungsfläche der schönere Teil ist des Nationalparks. Weil, ich schlage jetzt einfach mal so vor der Stolz, ich darf das auch als Valle-Komöner-Meister sagen. Das ist vielleicht nicht von der Natur selber, aber von den Aussichtspunkten, die wir hier haben. Es ist ja ein ziemlich schmales Gebiet und sicherlich an vielen Stellen auch durch die Höhenlage natürlich auch gegeben, dass man einen wunderschönen Blick hat auf den Idersee. Und ja, die Leute, die hierher kommen zum Urlaub, die sagen alle, sie kommen gerne wieder, weil es einfach hier so schön ist. Und ja, wie man auch wirklich immer wieder abwechslungsreiche Dinge erleben kann. Ja, ich soll auch herzlich grüßen und mich vermeistern. Wir haben eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit hier in der Idersee-Region. Wir sind wieder zusammen in der Marketinggesellschaft. Und ich denke, das ist ein wirklich guter Schritt, diese Region voranzubringen und auch deutschlandweit auch bekannter zu machen. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch an diesem Tag so ein ganz klein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir sind ja Nationalparkstadt und im Namen der Nationalparkstadt spreche ich ja auch hier. Leider sind die Schilder noch nicht angebracht, woran es auch immer hängen mag. Aber irgendeinen Hinderung gibt es ja immer. Und ich denke, die Frau Ministerin, die hat es vorhin gesagt, dass wir von Anfang an ein gutes Miteinander da gepflegt haben. Und der Herr Wilke hat es ja auch festgestellt, wie holprig das manchmal in den Gemeindevertretungen ist. Es ist schon. Aber da muss man eben durch und muss man versuchen, die Mehrheit auch mitzunehmen. Das gelingt auch in der Regel. Und ja, das ist auch schön, dass da wirklich eine Mehrheit sich dahinter gestellt hat und gesagt hat, jawohl, wir wollen das. Wir wollen, dass diese Region Nationalpark wird und dass die Flächen da reinkommen. Flächentausch ist ja grundlegend noch nicht vollzogen, aber da sind halt noch ein paar Vermessungsarbeiten. Aber dann sind wir da auch auf einem guten Weg. Ich wünsche mir ein gutes Miteinander, besonders im Bereich der Jagdgenossenschaften und der Jagdpächter. Da hört man immer wieder Marke Tick. Und ich glaube, diese Kritik darf an so einem Tag auch mal gesagt werden, dass wir da wirklich auch im Gespräch mit den Betreffenden bleiben müssen. Und ich denke, dann sind wir da auf einem guten Weg, dass wir die Region weiterentwickeln. So positiv. Herzlichen Dank an dieser Stelle und allen noch einen wunderschönen Tag. Genießen Sie die Aussicht bei der Wanderung. Bleiben Sie an der einen oder anderen Ecke auch ruhig mal stehen, weil ich glaube, es lohnt sich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Landrat und Herr Bürgermeister, für die Grußworte. Und weil wir so gut in der Zeit sind, bin ich jetzt doch so dreist und erzähle noch eine Anekdote. An dem Tag, an dem das in Berchtesgaden in der Zeitung stand, dass ich hierher wechseln werde, hatte ich Gäste des Nationalparks abzuholen an einer Pension. Und da stand die Pensionswirtin mit unseren Gästen da draußen und da sah sie mich kommen und hat dann gesagt, naja, Sie kennen ja das Ganghofer-Zitat. Wenn Gott lieb hat, den lässt er fallen in dieses Land. Klammer Berchtesgaden. Und er macht sich dann eine Pause und sagt, anscheinend hat er sie nicht lieb. Und das liegt natürlich nur daran, dass kein Gärtesgadener auch nur die geringste Ahnung hat, wie schön es hier ist. Und ich bin jetzt seit 14 Jahren ziemlich genau hier und ich genieße das immer noch. Und wie heute wurde ich auch schon zehnmal gefragt, du wohnst immer noch hier? Ja, wir wohnen immer noch hier und wir werden auch hier wohnen bleiben. Das ist auch aufsehbare Zeit. Also, herzlichen Dank für Ihre Grußworte und jetzt haben Sie wahrscheinlich der Einladung entnommen, dass Fräulein Brems Tierleben auf der Agenda steht. Und natürlich hatte ich auch keine Ahnung, was das ist und mich da erst einmal schlau gemacht. Und Sie kennen ja alle Alfred Brem und sein Tierleben, entstanden im 19. Jahrhundert. Und das kennt eigentlich praktisch jeder, wenigstens dem Namen nach, weil es wohl im letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert nicht so allzu viele Leute gab und gibt, die sich mit den 5000 Seiten dieses Werks wirklich auseinandergesetzt haben. Aber kennen tut es praktisch jeder Brems Tierleben, muss man ja sagen. Und heute wirkt dieses Werk vielleicht so ein bisschen verstaubt und ist in Teilen natürlich auch durch den Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse natürlich auch ein bisschen überholt. Aber es war damals tatsächlich ein gewaltiger Schritt in eine neue naturwissenschaftliche Herangehensweise und das Ganze auch zu popularisieren, überhaupt mal die Leute erst dafür zu interessieren, was da eigentlich alles so dahinter steht. Und das hat Barbara Geiger, das ist die Schauspielerin und Regisseurin und Gründerin dieser Theatertruppe zur Aussage inspiriert, Alfred Brem ist der Shakespeare der Biologie. Schön, fand ich richtig gut. Und Frau Geiger und Fräulein Brems Tierleben haben vor 14, 15 Jahren begonnen, einige Themen und Tierarten auf die Bühne zu holen. Und wenn ich es richtig sehe, liegen mittlerweile 13 Theaterstücke für die einzelnen Tierarten vor. Und das soll natürlich unterhaltsam sein, weil für nüchterne naturwissenschaftliche Bildung würde wohl kein Mensch ins Theater gehen. Aber es soll auch wissenschaftlich abgesichert sein. Und da steckt hinter diesen Stücken eine ganze Menge gründlicher, intensiver und aufwendiger Recherchearbeit. Und diese Melange kommt aber dann sehr gut an und so ist die Truppe auch schon weit hinter die deutsche Sprachgrenze hinaus vorgedrungen. Es gibt nämlich schon Übersetzungen ins Englische, ins Französische, ins Italienische und sogar ins Japanische und Hindi. Und vielleicht sind es mittlerweile auch schon ein paar Sprachen mehr. Also, bitte? Ukrainisch. Ukrainisch gibt es auch? Ja, ganz neu. Ja, ganz neu. Prima. Ja, also, das Internet ist zu langsam. Es ist gut, dass man Sie dann hier haben. Ja, wir freuen uns auf das Stück. Die Frau Geiger hat auch gesagt, das elfte Gebot lautet, du sollst nicht langweilen. Und daran halten wir uns, sagt Fräulein Brems Tierleben. Also, ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen mit dem Stück Tierleben Freelis Silvestris, die Wildkatze. Applaus Brems Tierleben und das Fräulein, das bin ich. Applaus Bitte, bitte fragt aber jetzt nicht, ob wir miteinander verwandt sind. Fest steht, ohne Alfred kein Fräulein. Aller Anfang liegt bei Alfred. Und genau wie Alfred Brems schaut sich auch ein Fräulein Brems Tiere ganz genau an. Die nun folgende Geschichte ist nicht frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Kreaturen ist rein wissenschaftlich beobachtet und staunend zur Kenntnis genommen worden. Felis Silvestris Silvestris, die Wildkatze. Eifrit Brehm sagt, unter den altweltlichen Katzen geht uns die Wild- oder Waldkatze, der Bruder, der Waldkater, der Baumreiter am nächsten etwas an. Da sie die einzige ihrer Familie ist, welche selbst in unseren Landen noch nicht ausgerottet wurde und eine echte Europäerin ist. Lange Zeit galt die Wildkatze als die Stammart unserer Hauskatze, aber den ist nicht so. Unsere gemeine Hauskatze stammt aus Ägypten. Eine getimmerte Hauskatze und eine Wildkatze lassen sich nur schwer unterscheiden. Was meint ihr? Rechts oder links? Rechts. Rechts ist die Wildkatze. Ja, falsch. Es ist die Hauskatze. Wir haben euch ein bisschen reingelegt, weil die gerade ein Beutegreifer sichtbar ist. Ja, also deswegen fielen die Wildkatzen früher oftmals Abschüssen zum Opfer. Als vermeintlich wildernde Hauskatzen. Heute ist das zum Glück Vergangenheit. Aber ein verwaschenes Tarnfell ist einer Hauskatze nicht gegeben. Eine Wildkatze hingegen ist eine Meisterin der Kamouflage. Für den Kenner unterscheidet sich eine echte Wildkatze durch ihre stärkere Behaarung, ihren reichlicheren Schnurrbart, ihr größeres Gehirn, ihr schärferes Gebiss und ihren wilderen Blick. Und? Welche ist die Wildkatze? Bitte? Links. Richtig. Genau. Es ist so. Eine hundertprozentige Sicherheit kann nur eine DNA-Analyse geben oder ein Vergleich der Darmlänge. Denn Hauskatzen, die haben wesentlich längere Därme als die Wildkatzen. Ja, genau wie Kater Schnurr ist auch viel Silvestris Silvestris ein effizienter Mäusejäger. Katzen müssen, wenn diese gut bestimmt sind in ihren Revieren, nicht sehr viel Energie aufwenden, um richtig satt zu werden. So zwei, dreihundert Gramm Maus am Tag sollten es schon sein. So ein Mäuschen, das wiegt so circa zwölf bis fünfzehn Gramm und ist in Sekundenschnelle verbrust. Die Mäuse werden stets mit dem Fellstil, sprich gefressen und unzerkaut runtergeschickt. Also normalerweise zwölf bis fünfzehn Gramm, aber eine tüchtige Scherhaus aus der Familie der Mühlmäuse, Pflanzenfresser, die kann schon mal bis zu achtzig, hundert Gramm auf die Waage bringen. Ein wichtiger Kraftregel ist das für die Katzen. Ja, aber die Mäuse, die selber Beutegreifer sind, also die sich von Insekten und Würmern ernähren, die schmecken hier nicht so besonders gut. Hier bei den Spitzmäusen ist das der Fall. Auch bei den Räubern unter der Grasnarbe den Maulwürfen ist das so. Den Füchsen, den geht es übrigens mit den Spitzmäusen ähnlich. Auch hier ist dieser penetrante Moschusgeruch der fleischfressenden Mäuse eher hinderlich. Vögel, Vögelmunden der Wildkatze aber sehr. Nur sind die sehr, sehr viel schwerer zu fangen als Mäuse. Denn Vögel, die haben ja praktisch eine Rundumsicht. Ja, manch Aves trägt die Augen gar im Hinterkopf. Schwer. Katzens Jagdstrategie heißt Bürschen, Wappen. Schleichen, Wappen. Erstarren, Wappen. Näher kommen, warten. Und gerade wenn man denkt, man hat das Federvieh, fliegt es einfach auf den nächsten Ast. Also heißt es wieder lauern, kauern. Erstarren. Kurz vor dem alles entscheidenden Sprunge verändert sich unmerklich ihre Körperhaltung. Und ja, Geduld muss man haben. Aber wer hat sie schon? Die lauer Geduld einer echten Wildkatze. Die Hauptfresszeit für viele Silvestris Silvestris ist unbedingt der Herbst. Und praktisch ist natürlich auch, dass es genau um diese Zeit die allermeisten Mäuse gibt. Auf wissenschaftlich heißt das eine enge, synökologische Verknüpfung. Katzen und Mäuse, das ist wie Hand und Fuß, Topf und Deckel, schwarz und weiß. Und das ist also sehr praktisch. Die Katze muss also im Winter, hat sie sehr schwer bei der Mäusejagd. Denn bei langanhaltend hohen Schneedicken, da schmausen die Mäuse unter der Schneedecke einfach weiter. Aber die Katze, die Katze kommt nicht ran. Schwer. In harten Wintern ist die Ernährungslage der Wildkatze prekär. Manche stirbt einen vorzeitigen Hungertod. In den schneefreien Zeiten des Jahres muss die Katze nicht sehr viel Energie aufwenden und verbringt ihre Freizeit daher energiesparend und wohltuend angenehm schlafen. Sie sonnt sich dabei gerne, nutzt auch gerne ungewöhnliche Schlafplätze, verschläft im Herbst bis zu 16 Stunden am Tag. Und nach dem Schlafen, da geht es leicht zu einer gründlichen Katzenwäsche. Die kleinen Katzen, die riechen ja nicht. Weil sie sich mehrmals am Tag gründlich lecken und säulen. Und nach der Katzenwäsche übrigens, das kann schon mal bis zu 15 Minuten, können da ins Katzenland gehen. Also von wegen Katzenwäsche. Ja? Und nach der Katzenwäsche geht es gleich weiter zur Physiotherapie. Jeder Muskel, jede Sehne wird tüchtig durchgestreckt und gereckt. Bitte alle mal mitmachen. Recken, strecken, ja genau. Und jetzt machen wir alle ein Katzenbuckel und ein Hohlkreuz. Und ach, geh, 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 geh. Ach, schütteln. Während des Jahres hören wir recht wenig von der Wildkatze. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein eindrucksvolles Repertoire an Katzenlautäußerungen gäbe. Katzen können purren, knurren, schnurren, grohnen, greinen, fauchen, maunzen, singen, miauen. Und dann, gegen Ende des Winters, da kommt die Zeit, in der die Katzen liebestoll werden. Der Kruder wird unruhig und er streift weiter als sonst umher auf der Suche nach einer hübschen Katzenmaid. Und die Kätzin, die wird rollig. Von beiden Geschlechtern wird jetzt tüchtig markiert. Die wilden Katzen maunzen, was das Zeug hält. Die kleinen Katzen, die müssen sich in Acht nehmen. Vor Füchsen, Wildschweinen, Mardern, anderen Beutegreifern, freilaufenden Hunden und vor Spaziergängern. Diese sammeln die vermeintlich ausgesetzten kleinen Hauskätzchen auf, nehmen sie mit nach Hause und dann entpuppen die sich als unzähmbare Wildkatzen. Und die Folge ist aufwändiges Aufziehen in Auffangstationen und wieder Ausbildern im Herbst. Katzen sind die reinsten Geruchsästheten. Baldrian sorgt für Hochgefühle und Klatzenglück, vor allem während der Ramszeit. Und diese Vorliebe für markige Wohlgerüche macht sich die Wissenschaft zu eigen, um der Meisterin des Versteckspiels immer wieder auf die Schliche zu kommen. Ein grob gehauener Lockstock wird in den Boden gerammt, mit Baldrian besprüht und eine einsatzfähige Fotofallenkamera angebracht. Diese Lockstockmethode, die ist nicht in was, also die Tiere müssen nicht eingefangen oder gar getäubt werden. Nein, sie hinterlassen freiwillig genau das, was die Wissenschaftler wollen, Haare. Ja, und hat so ein Katzenkörperrein stattgefunden, dann werden die Haare schön säuberlich abgezupft, in einen Buchschlag verfrachtet, mit Datum, Fundort und so weiter versuchten. Dann wird die Fotofallenkamera wieder flott gemacht, ausgewertet natürlich vorher. Und der Rest der Haare wird abgefackelt, das kann man hier ganz schön sehen. Ja, und schon ist die Falle wieder fängisch. Andere wollen sich auch verewigen. Bitteschön. Ich hoffe, ihr könntest das von hinten aus auch sehen, was sich da tut. Achtung! Achtung! Alle Blumen! Alle Blumen! Alle Blumen! Alle Blumen! Ein Wach, ein Wach, ein Wach, ein Wach. Ein Wach, ein Wach, ein Wach, ein Wach. Ein Wach, ein Wach, ein Wach. Ein Wach, ein Wach. Ein Wach, ein Wach. Überwältigend, was sich alles so tut im Wald, wenn wir nicht dabei sind. Der Lebensraum der Wildkatze sollte unbedingt struktur- und abwechslungsreich gestaltet sein. Also gerne Wald und Wiese, Gebüsche und Buschwerk, was gute Deckung bietet, eine tüchtige Portion Totholz, einige Fuchs- oder Dachsbaue, Jagdkanzeln und Hochsitze, sind für die Wildkatze die reinsten Sonnenbänke. Gerne auch hohle Bäume, verlassene Horste von Greifen, die werden gerne genutzt, um sich mal so richtig auszuschlafen. Oder Fluss oder Flüsschen mit hübschen, Wasserstraßen sind für die Wildkatzen kein Hindernis. Ja, ihr Schriftstil mag zwar etwas eigen sein, aber sie kommt zurecht. Alles könnte so schön sein für die Wildkatze. Sie wird nicht mehr gejagt, sie gedeiht prächtig, vermehrt sich rasant. Ein gemütliches Wildkatzenwohnzimmer sieht anders aus. Das ist nicht nur für die Wildkatzen ein echtes Problem. Hier sehen wir alle Wälder, die es heute, also alle großen Waldgebiete, die es heute in Deutschland noch gibt. Und das sind die Waldgebiete, in denen noch oder wieder Wildkatzen leben. Was wir nicht mehr haben, sind Verbindungen zwischen diesen Waldgebieten. Aber nicht nur Straßen und Schienen zerschneiden Lebensräume. Nein, auch riesige Agrarflächen, sprechen wir ruhig von Monokulturen, sind für viele waldlebende Tiere unmöglich oder fast unmöglich zu überwinden. Und es ist unglaublich, wie viele Tierarten das betrifft. Mehr grüne Brücken braucht das Land. Mehr Vielfalt weniger Einfalt. Und den Rest erledigt die Natur und die Vierbeiner gern auch ohne uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nein, nein, kein Problem, das ist schön, gar nicht, jetzt ist es ein bisschen eine Koppelung, aber geht so. Sie haben einen tollen Berater, stimmt nämlich alles, so, wenn ich das sehen kann. Super. Nein, sehr schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt durch den offiziellen Teil ja schon fast durch. Ich bitte dann alle, uns zu folgen zur Turm-Uhr-Terrasse. Da gibt es Sekt- und Fingerfood, wobei vier Menschen sich das noch erst zu dienen müssen, habe ich gehört. Nämlich Frau Ministerin Hinz, Herr Van der Horst, Herr Vollbracht und Herr Schweiger, die müssen wir mir zum Fotoamt richten. Und dann gibt es erst was. Und anschließend, so circa 15, 45, 16 Uhr, starten wir dann zu unserer Wanderung gemeinsam mit Ministerin Hinz. Und es haben sich erfreulicherweise viele dazu angemeldet. Ich glaube, die sportliche Herausforderung ist machbar, eine Stunde. Achim Frieder hat gesagt, das könnte man auch mit nicht überknöchelhohen Schuhen bewältigen. Und die Stunde, die halten wir dann schon durch. Das schaffen wir auch als nicht so gut Trainierte. Freuen wir uns, wir treffen uns dann so kurz vor 16 Uhr an der Bühne hier im Urkopf. Ist das richtig? Wir gehen dann runter. Gut. Also, die Gruppe ist ja dann kaum zu übersehen. So, bevor ich meinen Teil hier beende, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die hier diesen Nachmittag organisiert haben. Und da gehört natürlich allen voran die Jutta Söhring dazu und ihr Team, das sich bei diesen Großveranstaltungen schon seit langem sehr intensiv und sehr gut bewährt hat. Vor allem auch Denise. Vielen Dank für die Organisation, die auch mich mit den allen möglichen Informationen versorgt hat. Also, allen, die daran beteiligt waren, ganz herzlichen Dank. Und wie ihr seht, es war wieder mal ein, oder ist wieder mal ein sehr gelungener Event. Mein Teil ist damit beendet. Ich hatte ursprünglich überlegt zu sagen, mein Teil ist vollbracht, aber das habe ich dann doch noch geändert. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Genießen Sie das Programm, das Wetter, das Angebot und bleiben Sie in unserem Nationalpark weiterhin gewogen. Und deswegen wandern Sie, genießen Sie und freuen Sie sich auch ansonsten des Lebens, was ja jetzt wieder etwas leichter fällt, nachdem Corona doch so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, auch wenn andere Nachrichten aus der Welt nicht so erfreulich sind. Gut, also ganz herzlichen Dank fürs Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, einen schönen Tag.